Stimmt, wir haben ja auch eine Small World, Let's Played. Also ich werde auf der neuen Welt auch nicht irgendwie großartig Bosse töten oder sonst sowas, das überlasse ich alles euch. Ich überlasse euch echt diese gesamte Map so wie sie ist. Okay, hier haben wir ziemlich viel drin, das brauchen wir alles nicht. Wir haben unsere gesamten Waffen und Co. drin, die braucht man auch gerade nicht wirklich. Co. braucht man nicht wirklich, Dynamit braucht man nicht wirklich, Tränke braucht man nicht wirklich. So die ganzen Materialien, unsere Rüstung, mit den Eimern, Hook und noch ein Shadow Key, Shadow Key. Wir haben ja auch noch ein paar Items bzw. Waffen, eine Hellforge. Materialien. So, haben wir hier Holz? Scheint mir nicht so. Schade, Daisy, äh, das war die Goldthruhe, ne? Ne. Wo ist denn mein ganzes Gold hin? Da, fuck. Wo habe ich das denn hingepackt? Da bin ich gerade echt überfragt. Hm, haben wir aber irgendwo hier noch große Bäume, die wir gerade umsägen können? Ich mein hier, die große Dinger, hier. Hüpf. Hier kommt ja gleich wieder in mein... Möööö. Sägen? worauf wir glaube ich laufen können ich weiß gerade nicht ob ich das schmuckstück dabei habe bei den tunnel wollte ich eigentlich auch fertig stellen zu aber weiß nicht irgendwie ist der ziemlich useless muss ich sagen also ich wüsste jetzt nicht so wofür damit dahin zum dungeon füllten dankeschön so darüber da oben noch kein großer baum da sind es noch 233 große bäume nämlich auch noch vier große bäume fünf große bäume den baum noch so dass alles einsammeln das alles einsammeln und das alles sein soll okay wie gut ist das jetzt über ein steck schon aber sollte eigentlich schon ein bisschen mauer mehr sein seine fackel am baum ja scheint so toll ich hinten haben auch kein von mir höchstens harpien wenn ich mich nicht irre aber hier haben wir noch den einen oder anderen großen baum die holt sich hier noch kurz ab da die zwei noch und dann geht zurück auf unsere andere neue map 178 sollte reichen safe and exit singleplayer griesbreie p let's play large ich werde euch dann auch noch erklären wie ihr das machen müsst damit mein charakter und meine maps spielen könnt würde ich glaube ich einfach ein video zu machen ist am einfachsten und da dann auch den download link unterstellen werde ich da auch in der letzten folge vom richtigen let's play glaube ich auch verlinken am besten da ist er aber erst mal zwei stecks raus sollte erst reichen weil wir brauchen ja auch noch diese dinger hier und damit war leichter nach oben kommen ich kann mir eigentlich ja schon ein paar machen so lala auch unten hier springauer so es macht das doch schon um einiges einfacher mich hier fort zu bewegen ich weiß nicht mal mehr wie viele npcs es gibt ist das erbärmlich so hier alles zu ja da unten komme ich gerade nicht ran so komme ich da auch an den sauber sie alles noch füllen ja moment ja warum ich das hier gerade mit der guten alten iwiwip iwiwip mache weiß ich nun nicht und ich weiß auch noch nicht ob ich das let's play auf meiner seite griesbreie.de.vo hochstellen werde weil hier sind einfach abartig viele folgen die ich dann einzeln jede hochstellen müsste und jetzt ist wenn ich sainsborough hochlade leicht zwei folgen hoch bearbeite es kurz hoch fertig wenn ich jetzt das mit dem kris äh kris war schon äh mit dem terrarium machen würde ich müsste alle äh folgen die ich jetzt bislang gemacht habe hochstellen auf die seite und und das ist eine schweinsarbeit also eigentlich hätte ich schon gerne drauf aber es ist echt viel arbeit ich hatte ja gehofft dass es für wordpress so ein tool gibt das einfach die gesamten videos aus der playlist nimmt das wäre echt eine erleichterung für mich aber sowas habe ich bisher noch nicht gefunden wenn es sowas geben würde würde ich die seite auch komplett neu machen bin ich ehrlich ähm weil ja das wäre es mir definitiv wert einfach kurz die playlist angeben und dann meinetwegen auch dass ich immer auf aktualisieren oder sonst irgendwas drücken müsste hätte ich auch kein problem hätte jetzt muss ich halt wirklich komplett alles selber machen was ich halt gerne hätte ist man gibt einfach den link zur playlist an und der verlinkt dann jedes einzelne video nimmt die beschreibung des videos als artikel und das reicht mir sogar schon eventuell als artikel namen soll es dann einfach nur äh name des videos nehmen das würde mir schon völlig reichen dann wäre ich schon vollkommen zufrieden aber sowas habe ich leider noch nicht gefunden so jetzt ziehen wir hier nochmal eine strebe rein die habe ich ein bisschen blöd gesetzt grad so das finde ich doch schon besser hier noch eine strebe rein einfach nur zum leichteren hoch und runter kommen beziehungsweise runter kommen ist ja allgemein leicht aber das hoch manchmal nicht so das macht es dann doch etwas angenehmer so okay wir haben schon gar keine mehr dann machen wir mal kurz welche haben wir noch ein bisschen holz ähm so 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 und unten das gleiche spiel auch nochmal sooo und und ja so ja okay äh sieht doch soweit gut aus ähm ich mach kurz einen Aufnahmestopp gucke wie viele Räume wir brauchen weil ich grad nicht weiß wie viele NPCs es gibt wobei wobei haben wir hier Cobweb wie stellte man Betten denn her ich weiß es grad gar nicht brauchte man Betten sie haben hier kein Bett also ich brauche definitiv ein Bett aber wie ich ich weiß grad gar nicht wie man sich die ganzen Sachen craftet ich weiß dass man irgendwas mit der Iron Chain machen konnte ne Sormel genau die Sormel brauchen wir hier auch noch definitiv ok konnte ich mit der Sormel Lume can place you for crafting clothes Lume werde ich dann auch hier noch hinstellen Lume 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 hier konnte ich mir den glaube ich aus Silk oder so dann ein Bett herstellen war das nicht irgendwie so ah das können wir auch noch machen ich brauch dann definitiv mehr Cobweb dann gehen wir mal kurz nach oben hoch 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 einfach so ein bisschen fürs Aussehen einfach so ein bisschen fürs Aussehen weil ich glaube grün passt hier mit am besten rein und meine Homepage ist ja auch mittlerweile grün so wie der Safe & Exit ist Saving World Singleplayer griesbrei AP let's play small world äh so da haben wir ja ein Bett ähm welche Truhe war das denn jetzt kacki 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 äh nein äh nein äh nein 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 was macht der Kloß hier eigentlich scheiße ich weiß nicht welche Truhe das war. Da. Äh, nicht meine Darklands reinpacken, ist bekloppt. Äh, brauchen wir was von nicht? Sind das Dableum Seeds? Jo, die braucht man nicht. Äh, das Bett würde ich eigentlich nur ungern mitnehmen. Ich würde aber gerne wissen wie man sich ein Bett herstellt. Kann ich hier gerade ein Bett herstellen, Sommel? Wo ist denn hier mein lieber Guide? Haben wir den da oben rechts? Ist er. Warte mal erst mal gestorben. ETC. Crafting. So, äh, das heißt wieder mal weggeschmissen. Silk. Bad. Aus 5 Silk und genügend Holz. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Safe and Exit. Singleplayer. Zaremanus. Wer ist denn? Zaremanus. Griswilfe. Let's play large. Wizarding Game. Komm her, Mond. Komm her. Du kannst mich nicht verspotten. Es geht mit der Sonne leider in-game so nicht. Ähm, wir sollen uns eventuell auch das herstellen, was ich gerade herstellen wollte. Einmal die Silk. Die jetzt komischerweise weg ist. Achso, wir sollten auch eventuell dafür da hinten hingehen. Äh, wie viel Silk haben wir denn? Ach, da oben. Ah. So, wo macht man ein Bett? Wahrscheinlich hier. Genauestens. Dann müssen wir hier wieder hin. Andauernd habe ich den Copperhead weggeschmissen, weil, pfff, haben wir ja so viel. Ja, jetzt könnten wir ein bisschen was brauchen. Aber sollen wir auch Wumpe sein. Den elf Dingern hier, die ich jetzt bekommen habe, können wir ja noch so ein bisschen was machen. Hängen wir mal hier eins noch hin. Hier eins. Hier eins. Hier. Da noch. Wunderhübsch machen wir das hier. Ja, ganz oben brauchen wir eigentlich keine. Es sieht ja nicht so schnieke aus, glaube ich dann. Machen wir halt hier noch ein Banner hin. Da noch ein Banner. So, äh, das hier werde ich zu meinem Raum machen. Äh, Woodball, Woodplattform, Wood. Ja, eventuell sollte ich jetzt aber nicht bis ganz oben hin machen. Super wieder nachgedacht. Und ich brauche auch noch Türen. So, hier kommt aber das Bett rein. Ähm. Wo ist mein Bett jetzt hin? Das ist ja immer so blöd mit dem Inventar, wo das denn herkommt. Ja. Spawnpoint Set. Jetzt mache ich noch kurz Türen. Wie brauchen wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, also wir nach unten. Äh, fünf Türen. Roll, 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 roll. Ach, da sind Türen. Fünf Türen, weil wir brauchen sechs. Okay. Es gefällt mir, muss ich sagen. Hallo? Okay. Ich weiß, wo der Fehler liegt. Es war nämlich ein Block zu wenig. Aber jetzt geht es, ja. So, dann machen wir jetzt in jeden Raum noch eine Fackel rein, weil ich glaube, Fackel und eine Workbench sind die Kriterien... Nee, gar nicht. Ja, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Ich weiß wieder die Kriterien, damit NPCs einziehen. Äh... So... Und so. Nach unten wieder... Ähm, herstellen. und jetzt müssen wir uns kurz wegschmeißen ja klopft ruhig an ich mache euch nicht auf okay die eine tür setzen noch kurz oben hin ich glaube das waren die kriterien so gut nie das soll schon ordentlich aussehen ja das sollte es eventuell nicht ganz so nah das Ding stellen na das macht schon an die Tür oh manu so und dann kommt hier noch ein Tisch holen das hier auch nochmal und hier da kommt auch noch der Totenschädel weg dann werde ich noch kurz die Werkzeuge von unten nach oben holen und Kisten eventuell aus der anderen Welt bei ja ne vielleicht ne ja ne ach da oben Moment da fehlt noch Woodwall genau das sind die Kriterien der Raum muss eine gewisse Größe haben muss vier Wände haben muss mit einer Hintergrundmauer sein Tisch, Stuhl und ne Lampe beziehungsweise eine Lichtquelle so Nine Skull das haben wir noch platzieren wir hier auch mal irgendwo ganz wild da wo es grad irgendwie ein bisschen dunkler ist ETC so ja ich hatte doch noch zwei Banner genau ich hatte nur noch ein Okay jo äh das Bett bau ich nochmal kurz ab Bett 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 Okay So, ja, ich sollte aber wieder Spawnpons setzen, habe ich gemacht, dann wieder kurz nach unten. Hallo, unten. Wobei, hier könnte ich ja auch nochmal Schädel hinsetzen, weil es hier teilweise echt dunkel ist. Da ein hin und da ein hin. Was sagt dies nette Ding? Ach, hier hätten wir auch noch Silk gehabt. Ah, hier haben wir kein Platin. Das enttäuscht mich ja jetzt. Ähm, so. Ach, hier hätten wir ja auch ein Bett gehabt. Super. Ah, das will ich doch grad gar nicht. Äh, das kommt weg. Äh, Iron Chain. Den gehen wir nach. Die hab ich schon abgebaut, oder was? Äh, den. Den. Die esse. Wobei Heifernis wird, glaube ich, stur mit Ofen ersetzt. Ich glaub, sowas wie S und Co. Gibt's da für einen Begriff im Englischen? Ich weiß das grad gar nicht. Woher ich den Begriff kenne? Nein, ich bin nicht in sowas gelehrt oder so. Ich hab bloß Klonk gespielt. Und da erfährt man solche Begriffe. Beziehungsweise da heißen diese Dinger nach solchen Begriffen. Ähm, die Goldene Truhe setzen wir auch nochmal hin. Ähm, dann können wir das gute Ding hier noch hinstellen. Ähm, haben wir noch irgendwas im Moment da, was hier hin muss? Nein, also hier nach unten. Hier nach unten darf 5000 Augen begutachten. Haben wir nicht die Dark Lens grad? Ach, die meinte ich gar nicht. Ich meinte die Jungle Wayne. Ist die im anderen Haus? Ist ja nicht so cool. So, jetzt haben wir hier ein bisschen spärliches Licht. Deswegen packen wir hier noch einen Schädel hin und hier. Gucken alle in eine Richtung, kann das sein? Das finde ich grad mal nicht so super. Äh, so. Bei uns fehlt hier auch noch ein Alchemie-Tisch. Aber der ist auch nicht allzu schwer zu machen. Ach, da unten haben wir noch die Fernance, genau. Der fehlt hier auch noch. Okay, damit haben wir eigentlich so gut wie alle Sachen hier, die wir brauchen. Also mir fällt jetzt grad nix ein, was ich vergessen habe. Noch drei goldene Schlüssel. Wailthorn hieß die Waffe, glaube ich, die komische Dornen gesprüht hat. So. Ja, irgendwie fällt es mir grad schwer. Echt, es fällt mir echt grad sehr schwer. Es zu sagen, aber... Ähm, ja. Damit beende ich dann jetzt auch das Terraria-Let's Play. Eventuell werde ich nochmal ein kleines Let's Show machen. Oder ETC. Aber ich habe in diesem Spiel alles erreicht, was ich wollte. Wie ihr seht, wir haben die besten Werkzeuge für diesen Patch. Wir haben mit die besten Waffen. Ja, Night Edge fehlt und Co. Aber... Ja, was... Ne, ne. Also, ja, ne. Wir haben die Ivy Whip. Wir haben Shadow Keys. Wir haben Golden Chess bis zum geht nicht mehr. Die beste Rüstung. Wir haben jeden Boss in den Arsch getreten. Manchen sogar mehrmals. Wir haben ein echt krasses Haus jetzt entworfen. Wir sind in der Hölle gewesen. Wir sind im Himmel gewesen. Wir haben goldene Truhen geöffnet. Wir haben normale Truhen geöffnet. Wir haben verschlossene goldene Truhen geöffnet. Wir haben Shadow Truhen geöffnet. Wir haben Hasen getötet. Wir haben korrupte Hasen getötet. Wir haben, äh, die Corruption besiegt. Wir haben Shadow Orbs zerbrochen. Wir haben Meteoriten abgebaut. Wir haben einen Höllenstein abgebaut. Wir haben Shadow Scale bekommen. Wir haben Dungeons erkundet. Wir haben NPCs bekommen. Wir haben tausende von Materialien abgebaut, kombiniert, neue Sachen draus gebaut. Wir haben eine sehr, sehr lange Zeit miteinander jetzt verbracht in diesem Let's Play. Und, auch wenn es mir leid tut, aber ich möchte das Let's Play jetzt endlich beenden. Und dies wird die letzte Folge sein. Ich werde euch noch zeigen, wie ihr die Map installieren könnt. Ich werde die Map auch hochladen. Ähm, aber soweit war es das dann jetzt von mir bezüglich Terraria. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Ich, äh, Let's Play ja zur Zeit. Unter anderem Kingdoms of Amalur, Reconning, Saints Rose Assert, Minecraft, Let's Play ich. Minecraft Specials mache ich. League of Legends kommt ab und zu immer mal was. Harways neue Augen kommt. Und was ich denn noch geplant habe. Resident Evil 5, Let's Play together und und und. Also Leute, ich kann euch nur inständig darum bitten, falls ihr mich mögt und mehr von mir erfahren wollt. Einfach mich mal abonnieren, meine Videos weiter angucken. Und, ja, damit verabschiede ich mich nochmal recht herzlich von euch. Vielen Dank für diese schöne Zeit. Euer Chris Prey. Okay. Okay.